Heute schauen wir uns das spannende Thema an, Pen-Tests oder Penetrationstests auch genannt. Und dieses Thema ist noch sehr versteckt. Es gibt noch nicht so viele Infos dazu. Deswegen mache ich darüber jetzt ein Video. Ich wusste früher auch nicht, wie das geht. Aber inzwischen habe ich mir das alles eingeeignet und habe auch schon einige Pen-Tests durchgeführt. Dieses Video wird für jeden, der das auch machen will, ein Wegweiser werden. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass viele Menschen sich an diesem Video jetzt hier orientieren werden. Jetzt starten wir auch direkt rein. Dann starten wir rein. Penetrationstest. Ja, von mir selber ist die ganze Präsentation. Let's go. Was ist ein Penetrationstest? Die IT-Sicherheit wird auf Schwachstellen überprüft, damit diese behoben werden können, bevor ein echter Angreifer Schaden anrichtet. Hört sich logisch an, ist auch logisch. Ein Penetrationstest, kurz Pen-Test, werden wir auch häufiger noch hören, ist ein geplanter, simulierter Angriffsversuch auf IT-Systeme. Wir greifen einfach ein System an und schauen, ob es wirklich sicher ist. Natürlich alles im ethischen Sinne. Warum sind Penetrationstests wichtig? Hacker brechen eben häufige Netzwerke ein. Ja, das haben Hacker so an sich. Greifen Server, PCs und so weiter an. Und deswegen braucht man auch regelmäßige Pen-Tests, um nachzuschauen, ob Hacker wirklich so leicht in dein System reinkommen. Pen-Tester erforschen auch immer die neuesten Technologien, genauso wie Hacker leider auch, also böse Hacker. Und ja, dadurch werden eben die neuesten Angriffsmethoden getestet auf dein IT-System zum Beispiel. Pen-Tester versuchen eben auch immer, dem bösen Hacker einen Schritt voraus zu sein. Warum sind Pen-Tests noch wichtig? Ja, indem ein Pen-Tester Schwachstellen und Sicherheitslücken identifiziert, können diese behoben werden, bevor sie ein anderer, böser Hacker ausnutzt. Genau, und generell, um die IT-Sicherheit zu verbessern. Um das geht es ja in diesem Channel hier auch. Deswegen wollen wir das verbessern, unsere Skills. Ethical Hacker vs. Pen-Tester. Das gehört jetzt nicht direkt zum Pen-Test, wollte ich aber mal generell angesprochen haben, weil mich haben schon einige gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Penetrationstester und einem Ethical Hacker? Ist im Endeffekt nicht so groß, nur die ganze Herangehensweise ist anders. Also ein Ethical Hacker ist eher kreativ und unstrukturiert, muss aber nicht der Fall sein. Man spricht hier so vom Durchschnitt oder generellen Gegebenheiten. Und ein Penetrationstester ist strukturierter und methodischer. Klar, der hat seine Liste vielleicht von seiner Firma vorgegeben, was er alles machen muss. Klar, und daraus ereignet sich dann eben, dass ein Ethical Hacker identifiziert vielfältige Schwachstellen, weil er eben ein bisschen kreativer ist und kein genaues System hat, meistens. Und ein Pen-Tester analysiert spezifische Risiken und Lücken. Das heißt, er hat ein genaues Ziel, genaues Scope nennt sich das Ganze auch, also einen genauen Bereich, wo er hinschaut und was er genau testet und macht es eben auch nach einer Liste und hakt alles ab sozusagen. Genau, ein Ethical Hacker kann natürlich auch ein Pen-Tester sein. Und ein Pen-Tester kann auch ein Ethical Hacker sein, also das schließt sich nicht aus. Gut, dann kommen wir zur Vorteile eines Pen-Tests. Ganz klar, verhindern von Hackerangriffe und Einbrüche in Systeme. Sparen von Zeit und Geld, das ist natürlich eines der wichtigsten für die Firmen. Die wollen natürlich Zeit und Geld sparen, weil wenn der Schaden erstmal passiert ist, kostet es wesentlich mehr Zeit und wesentlich mehr Geld. Das ist ungefähr wie zum Zahnarzt zu gehen, deine Firma auf Schwachstellen etc. zu testen zu lassen. Das sind so sozusagen die Prophylaxe, also du schaust davor nach, bevor irgendwas passiert, schaust du nach, ob Hacker da reinkommen können oder nicht. Du behältst die Kontrolle über das System, du weißt, ob deine Daten, ob alles up-to-date ist oder ob deine IT-Admins irgendwas vergessen haben etc. Lässt du eine unabhängige Firma da mal drüber schauen. Und ja, ganz klar, wir schützen die wertvollen Daten nicht, dass ein Hacker das klaut und alles verkauft etc. Also ein böser Hacker, das muss ich auch hier immer dazu sagen, weil wir bilden ja hier auch Ethical Hacker aus auf learn-how.de und deswegen gibt es hier einen Unterschied, gute Hacker und böse Hacker. Nur um das mal kurz gesagt zu haben. Arten vom Pen-Test, wir verschaffen uns jetzt mal einen Überblick. Everybody needs a Hacker. Ja, ist wirklich so. Also, du kennst jetzt mich. Zack. Und wir schauen uns jetzt an. Der offene Pen-Test, da erhält der Hacker eben vorab Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens oder des Ziels und schaut sich dann diese Sicherheitsmaßnahmen genauer an. Also er weiß schon ein bisschen was über das Unternehmen und hantiert nicht mehr ganz im Dunkeln. Dann haben wir einen Closed-Box-Pen-Test. Hacker kennt nur den Namen der Zielfirma und es werden keine Hintergrundinformationen geliefert. Das heißt, der Hacker muss sich alle Informationen selber raussuchen. Auch bekannt als Single-Blind-Test, weil der Hacker eben blind ist. Verdeckter Pen-Test, auch bekannt als Double-Blind-Test. Nur wenige ausgewählte Personen eines Unternehmens wissen, dass ein Pen-Test durchgeführt ist. Das macht sehr viel Sinn bei Social Engineering. Angriffen oder Pen-Tests. Da ist für den Hacker eben sehr wichtig, den Bereich, den er angreifen darf, zu wissen, da es sonst zu rechtlichen Problemen kommen kann. Also hier auf jeden Fall auch aufpassen. Dann haben wir den externen Pen-Test. Der Hacker konzentriert sich hierbei auf die externen Technologien des Unternehmens, zum Beispiel Web-Server oder Netzwerk-Server. Und das Firmengebäude darf nicht physisch betreten werden, denn dann wäre es kein externer Pen-Test mehr. Aber es gibt natürlich auch interne Pen-Tests und hier hat der Hacker meistens Zugriff zum Netzwerk des Unternehmens. Also er kann das Netzwerk intern testen. Der Test wird hinter der Firewall des Unternehmens durchgeführt und hier natürlich auch nützlich für Bewertungen potenzieller Schäden durch verärgerte Mitarbeiter. Also hier kann man dann rausfinden, ob vielleicht ein Mitarbeiter irgendwelche Daten sammelt, verschickt. Also hier kann man dann auch nochmal ein bisschen genauer hinter die Kulissen schauen. Hier kann man auch ins Gebäude reingehen meistens. Alles je nachdem, wie es halt ausgemacht ist. Dann schauen wir uns den Ablauf grob an. Danach gehen wir ins Detail. Also es gibt erstmal ein Kick-Off-Bespräch, also ein Gespräch, wo alles kurz erklärt wird. Dann wird festgelegt, was überhaupt getestet wird. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, also entweder IP-Bereiche, Targets, also Menschen, WLANs, Web-Apps, Webseiten zum Beispiel, Handys, Web-Services, Embedded, also IoT zum Beispiel, LAN, Cloud, Voice-IP-Telefone, SAP, Logistik-Software etc. Hier gibt es keine Grenzen, was halt der Kunde gerne getestet haben will. Dann wird eben das hier alles getestet, was ausgemacht wurde und natürlich sehr ausgiebig dokumentiert. Und dann zum Schluss wird nochmal ein Bericht erstellt. Der wird dann dem Kunden präsentiert und dann kann der Kunde das Ganze beheben, die ganzen Sicherheitsprobleme. Wenn es dann behoben ist, wird dann nochmal getestet und geschaut, ob wirklich alles geschlossen ist. Deswegen macht es auch Sinn, hier eigentlich zwei verschiedene Firmen zu verwenden, da die dann eben unabhängiger sind und zwei Augenprinzip. Man sieht mehr. Und das Ganze macht man dann regelmäßig, je nachdem, wie oft es eben gewünscht ist. Gut, jetzt kommen wir zu den Phasen im Detail, damit du auch genau weißt, was in diesen Phasen gemacht wird. Und hier kommen wir erstmal zur Phasen Test Scoping, habe ich ja schon gesagt. Also hier Planung und Vorbereitung und Bereich festlegen. Hier erstmal welches Ziel, welche Art vom Pentest, haben wir vorher gelernt. Dann kommt dieses Kick-Off-Meeting, haben wir auch kurz besprochen. Hier werden Kontaktinformationen ausgetauscht, damit man eben gut in Kontakt bleibt. Wie lange getestet werden darf, muss man ja auch überlegen. Jetzt gerade meine Stimme weg, kurzen Schluck Wasser. So, Like und Abo nicht vergessen in der Zwischenzeit, wenn ich hier kurz trinke. Und jetzt geht es auch schon weiter. Also so ein Zeitfenster ist ziemlich wichtig, da bei so einem Pentest können auch mal Server und PCs ausfallen. Das ist halt natürlich nicht gut, wenn da jetzt gerade zum Beispiel aktiver Betrieb ist in der Firma. Dann wäre das natürlich schlecht. Da könnten dann auch Menschenleben gefährdet werden. Deswegen tut man hier einen Zeitraum festlegen, wo getestet wird und es nicht so schlimm ist, wenn irgendwas ausfällt. Dann natürlich den Projektumfang. Man kann ja auch sagen, hey, ich will jetzt nur diesen einen Teil der Firma testen und dann sperrt er den anderen, damit so ein Zweischichtbetrieb eben entsteht, damit die Firma einfach weiterarbeiten kann während des Tests. Bereitstellung von Informationen, Zugängen für den Tester, klar. Wenn es jetzt ein interner Pentest ist, muss man natürlich irgendwie Zugang zum Netzwerk haben, Blockins etc. Was man hier halt auch braucht, wenn man jetzt irgendeine API testet, wäre natürlich eine Dokumentation schön und natürlich die Zugangsdaten. Das wäre jetzt im Web App, also in den Webseitentests werden häufig APIs getestet. Mit Abstimmung zur Testumgebung, Vorgehensweise und andere Rahmenbedingungen. Hier wird halt grob gesagt, was will ich überhaupt? Was willst du von mir? Was soll ich eingreifen? Was soll passieren? Dann geht es auch schon los. Da kommen wir zum zweiten, zur Erkundung, auf Englisch Enumeration. Also wir schauen jetzt los. In dieser Pentestphase werden beispielsweise Informationen über Firewalls, Netzwerkdienste und IP-Adressen evaluiert, also herausgefunden. Meine Stimme ist schon wieder weg. Ich hoffe, du hast schon geliked. Abhängigkeit von der Art des Pentest können auch persönliche Daten wie Name, Berufsbezeichnung, E-Mail-Adressen, Benutzernamen und aktuelle Stellenausschreiben gesammelt und für spätere Phasen vorgehalten werden. Also wie das Fernglas schon sagt, wir schauen jetzt hier, was geht ab. Wie geht das Batman? Genau so geht es. Batman. Du bist Batman und du guckst dann, was hier so abgeht. Lol. Sowas hat jetzt aber wirklich ein Like verdient. Okay. Genug des Spaß. Jetzt kommen wir wieder zum Business, zum ernsten Business. Genau. Identifizierung und Ausnutzung von Schwachstellen. Jetzt kommen wir zu den harten Sachen. Ja, hier wird versucht, in die Umgebung einzudringen. Klar, Schwachstellen zu identifizieren und auszunutzen und halt aufzuzeigen, wie tief kommt man in das System rein. Gibt es hier Hintertüren oder ist alles zugesperrt? Und dann natürlich weiter. Wenn man dann drin ist, kommt man dann jetzt auch wirklich auf den PC vom Chef oder kommt man nur auf den PC vom Mitarbeiter? Ja, da geht es natürlich dann weiter, wenn man drin ist. Und dann geht es einfach so weit, wie es geht und so weit, wie es der Scope, also der eingeschränkte Bereich, das Ganze erlaubt, also wie es dokumentiert wurde. Wichtig auch, bevor ihr das macht, lasst euch auch ein Dokument geben, wo wirklich drauf steht. Hey, ich darf jetzt angreifen, ich darf das und das und das angreifen. Das wurde schriftlich niedergelegt, eine Disclosure sozusagen. Genau, das ist ganz wichtig, bevor du das machst. Okay, haben wir jetzt auch nochmal drüber gesprochen. Genau, dann kommen wir zum Bericht und Analyse der Ergebnisse. Das ist sehr wichtig, das sollte der Pentester auch sehr ausführlich machen, denn viele Leute, die diesen Bericht dann bekommen, die wissen eben gar nicht genau, was denn jetzt hier so passiert. Man sollte es auch ein bisschen an den Wissensstand des Kundens anpassen. Weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Schon so viel geredet heute. Genau, die Ergebnisse des Pentests werden in einem Bericht eben zusammengetragen. Darin ist enthalten die Kurzfassung der Resultate und das Gesamtrisiko. Also wie gut ist die Firma jetzt geschützt? Sehr schlecht, sehr gut, je nachdem welche und wie viele Schwachstellen eben gefunden wurden. Dann die Rahmenparameter, was genau getestet wurde nochmal, alles schön aufschreiben. Eine Liste und Darstellung des Penetrationstests mit Sicherheitsproblemen. Also wo gab es Sicherheitsprobleme und Einschätzung des Risikos. Siehst du das jetzt als Pen-Taster, als erfahrener Pen-Taster? Siehst du das als kritisch oder nicht kritisch? Hier gibt es auch Skalen und Normen dazu. Und dann tut man natürlich noch dokumentieren, wie genau man jetzt die Sicherheitslücke ausgenutzt hat oder aufgedeckt hat. Also man macht Screenshots zu den ganzen Scans, Nmap-Scans etc. und schreibt drunter, was man gemacht hat und wenn man dann eine ausgenutzt hat, mit welchem Exploit, also welcher Schwachstelle man reingekommen ist. Fünftens das Abschlussgespräch. Hier präsentiert der Pen-Taster seine Resultate nochmal der Firma und erklärt eben allen genau, was jetzt hier los war. War es jetzt sicher? Macht das Ganze nochmal veranschaulicht, das Ganze sehr schön, damit es auch wirklich jeder versteht, auch die Leute mit wenigen technischen Background. Aber auch nochmal vielleicht im Detail, damit es auch der IT-Admin versteht und dass der dann die Sachen beheben kann. Da wird eben nochmal zusammen alles besprochen. Wenn es Fragen gibt, musst du die natürlich beantworten. Macht Sinn auf jeden Fall, damit du da einen guten Job gemacht hast. Dann Schließung der Sicherheitslücken. Ja klar, die sollten halt geschlossen werden. Muss jetzt nicht vom Pen-Taster gemacht werden, entweder vom IT-Admin, externer Firma. Dann aber wichtig, nochmal nachtesten. Nicht, dass hier gar nichts geschlossen wurde und deswegen macht Sinn nochmal nachtesten. Der ist auch meistens in dem ganzen Pen-Test-Paket nochmal mit inbegriffen. Also da muss man dann nicht extra zahlen. Pen-Test und Ausbildung. Ich persönlich biete natürlich auch Pen-Tests an, aber nicht so viele. Denn ich habe noch einen zweiten Job plus YouTube. Also ich bin zeitlich immer sehr beschränkt. Aber wenn du Glück hast, kriegst du auch einen Pen-Test von mir. Genau. Was ich dir aber auf jeden Fall helfen kann, ich kann dir helfen, ein Ethical-Hacker zu werden. Hierfür habe ich einige Kurse produziert, die dir von A bis Z zeigen, wie du ein Ethical-Hacker wirst. Und die technischen Skills für einen Pen-Test auch erlernen kannst. Das Ganze befindet sich auf learn-hop.de. Steht hier auch auf der Folie. Einfach mal drauf schauen. Vielleicht ist das Ganze was für dich. Und dann freue ich mich, dich an Bord der Cyber-Akademie zu sehen. Denn hier haben wir schon über 200 Leute mit dabei. Genau. Dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Lass ein Abo und Like da und kommentiere. Was hast du denn noch für Fragen über Pen-Tests? Ansonsten, wir sehen uns mit Sicherheit. Bleib sicher. Peace. Peace. Peace.